Was? Skirennen? Wer findet das spannend? Pff, sind doch mal eben schon sehr schnell die Suche. Komm, komm, bissen! Ja, und jetzt zieh, zieh, zieh! Mein Gott, was für ein Krimi, ein junger Raubler. Und damit kommt auch die 10-jährige Skirennen-Saison zu einem Ende. Was für ein Jahr! Merci a tous les fans pour votre soutien incroyable tout au long de la saison. So, fertig Saison. Leck, ist doch spannend gewesen. Ha, Springreiten, so langweilig. Wer findet das spannend?